heo was geht youtube und herzlich willkommen zu einer neuen folge pokémon glazed wir haben jetzt kurz auf screen die freundschaft gegrindet entwicklungen durchgeführt mit irgendwelchen steinen ihr seht ja schon unten ich habe ein ganz anderes team jetzt schauen wir uns mal kurz an den wollen wir alles mitnehmen wir haben jetzt hier eine wasser arena die hier die boden pokémon brauchen wir auf jeden fall nicht mitnehmen ich habe leider hier einen espion rausgekriegt und eigentlich einen umbryon aber sei es drum hier ist immer noch hier am business machen jetzt wir können hier in die arena gehen aber war wohl nix jetzt vielleicht auch wieder hier hoch gehen wir mit der quatschen oder so jetzt ich auch wieder in der arena das heißt wir können jetzt auf jeden fall reingehen er war ja schon mal gut aus können wir hier reingehen ah ja ok kommt direkt einer vor ein baum ist ein condor warum wurde er jetzt gerade nicht warum wurde jetzt gerade nicht eingeschläfert einfach mal kos 100 TYK vielleicht haben wir hier ein rot Mann kann man mit dem in der moment mit der hier 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 Okay, I get it Okay, wir müssen überall fighten 4 Oh mein Gott, Alter Ich gehe jeden Battlen Oh nee, Alter Und jetzt laufe ich auch hier noch ins Nix Unbelieveable, echt Komm Okay, ich muss echt hier um die 35 bleiben We need to figure out how to fill the pool back up Ah, ich muss hier hinten wahrscheinlich Okay Pool ist gefüllt Okay, da ist die Arena Reiterin Also mussten wir ja doch alle battlen Gehen los, da ist sie verdächtig Also ich glaube ich werde mal mit Elektriker starten Wobei ich mir auch vorstellen könnte, dass sie irgendeinen Wasser Boden Pokémon hat Let's go War Turtle Ja, mit Thunderbolt rein Nice Hydra Komm mit Spore rein Oh, ist so OP man Geil Milotic Gehen wir auch mit Spore rein Toll Kingdra Okay Wird jetzt ein bisschen freudig Gehen wir auch mit Spore Ein Substitute Hm Geh auf den Charm Aber es fehlt Nein, er hat den Substitute offen Oh Mann, es fackt so ab Ich muss den Substitute brechen Ich muss den Substitute brechen Gut, ich muss ihn auch secken So, jetzt aber Spore So, jetzt aber Spore First Jetzt wechseln auf Porsche am besten Aber hier auch 32, ne Jetzt hoffen, dass kein Surprosch kommt Oh doch, Surprosch kommt Nochmal Wing Attack Nochmal Wing Attack Oh Mann, zwei Secs Weil ich dumm bin Oh Mann, zwei Secs Einfach weil ich dumm bin, Mann Ohne Scheiß Weil die Secs mich jetzt auch nicht so jucken Komm Also da haben mich die Secs, die ich davor hatte haben mich deutlich mehr gejuckt Aber auch wieder Level 32 jetzt Obwohl bei mir wieder steht Level 35 Das muss ich mir direkt aufschreiben Für, falls es den nächsten Run geben sollte 32 nämlich Okay Abonniert Und Um Bis zum nächsten Mal.